Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, dass ich heute dabei sein darf zum 20. Part 2 hier in Tettnang im Flieger zum 20-jährigen Jubiläum. Hadi, vielen Dank. Ja, ich bin ja gestern hier runtergefahren auf A7, wie man so schön sagt, und habe mich gefragt, also alle Kneipen im Schwaben heißen ja entweder Ochse, Rössle oder Traube. Wie kommt der Kerl darauf, den Kneipiger Flieger zu nennen? Hadi, das Ding müssen wir noch auflösen, aber ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich war der früher in einer schwäbischen Fremdenlegion und hat da eine Bruchlandung mit seinen Dingen gemacht. Irgendwie, sowas muss das gewesen sein. Also, Hadi, die Nummer musste noch irgendwie, wie das hier entstanden ist, die musst du noch auflösen. Okay, ja, ich habe ein kleines Programm zusammengestellt als 5 Jahre Randal Deluxe. Beginnen wir mit R, English Asset and Rock. Dann kommt mal bei R Dust. Musik 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 Wenn ich mich nicht übel bin, ist, wenn ich mich nicht übel bin, ist, wenn ich mich nicht übel bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 an den Backings Bob Deluxe, Michi Poppa aus Ravensburg Robert Deluxe, Michi Poppa, im Auftrag des ZDF, 2020 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 Musik 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 Ganz herzlichen Dank und schöne Party noch heute Abend und sagen zusammen Baba!